Ich kann's aber versuchen. Hallo, da bin ich wieder. Ja, das ist jetzt der zweite Versuch der zweiten Aufnahme. Verräte ich. Ja. Weil es dann noch ein paar kleinere und nicht ganz so kleine Diskrepanzen gab. Ich hoffe, das passt jetzt alles. Asynchronität, verhaltete Modelle und Flugs und Dinge und Gegenstände. Verräte ich. Ja. Mit Zweifelsdienst übernehmen werde ich. Ja, ich kann's aber noch mal probieren. Oh. Na, nein. Gestürzt. Dankeschön. Äh, ja. Das bin ich so. Was war? Okay. Oh. Äh, äh, nicht Optionen. Laden. Ja, also war schon etwas länger her. Von diesem Grund weiß ich auch, dass ich mit so ein wenig Glück, da war der Schirm, hier einmal drüber rumrennen kann und dann mit noch viel mehr Glück die QBR aktivieren kann. Und warum entzündet ich mich? Tag, Tag. Das war nicht die QBR. Ah. Okay. Gut, das dürfte die Sache noch einiges erleichtern. Also, so. Ganz klein wenig, ja. Okay. Ist auch ein Brautchen, nur abgeben. Jetzt bin ich schon erwähnt, man ist ganz angeklappt. Ich glaube, das ist deswegen schon, wenn ich das gleiche mache. Ach, das ist aber wahr, hey. So viel Chaos überall. Gute Güte. Nein, ich weigere mich, Schussmachung zu bekommen. Wirklich. Die Ranch reicht mehr als... Mehr als ja. Goll. Wortsbereit. Ranch reicht nicht. Nein. Gut, für dich vielleicht nicht. Ach, guck mal. Bein mich halt. Ist mir egal, ich brauch da nur Naneten. Nein, so. Alle lieben Würmchen, wo seid ihr? Misti. Heilgrößen, nochmal. Hi. Passt. Ach, hier kommt die Strecke. Nicht hoch. Ah. Das macht Dach einfach. Du aktivierst dich, glaube ich, gar nicht, aus welchen Gründen auch immer. Sollte ich mich vielleicht nur heilen? Vorsichtig. Ja, das wäre vielleicht eine ganz interessante Idee. Nee. Ab jetzt ein paar Hypos. Mal schauen, wir schauen, hier ist ein Aufzug, wohin er führt, keine Ahnung, aber ich soll ja eh zum Shuttle und das war, glaube ich, da hinten irgendwo. Ich glaube, ich muss mich trotzdem auch noch mal sehen. Ich glaube, ich muss mich trotzdem auch noch ein bisschen sehen. Vorsicht. Klingt näher als erwartet. Äh, ich hab auch keine Panzerbrech-Munition, ne? Doch, Armour-Peace, okay. Schau, wo ist das Ding? Wieso hab ich ne Dreischussautomaten darin auf einmal? Hä? Äh, klar. Ein Fleisch kriegst du aber nicht. Nochmal, bitte langschirrt. Ah, Antipersonen möchte ich nicht, Standards reicht. Aufniss mal. Ja, die Aufnahmen dürfen wir jetzt ein Weiler. Äh, ach, aber ich bin eh fast tot. Gut. War jetzt nicht ganz, was ich wollte, aber hey. Reden ist kühlt erauert als die anderen. So ein Fernhack wär ganz schön, aber der kostet so viel. Wenn's hier gibt, oder nicht in... All meinen Ökonomien, das sieht man nicht. Äh, die habe ich eigentlich gerade... Nicht mehr allzu viele, okay. Also sollte ich mich... Benehmen. Auf, hier ist gesprengt, okay. Äh, ab. Na, stoppst du. Das war der Elza. Mach's mal an. Noch eine Pistole. Pistole sind immer schön. So, was von euch ist der Kopf? Das da. Batterie, ja. Hat's jetzt so gelohnt, aber hey. Ich hatte Spass dabei. Wir sehen hier Tresore im Klo. Denn warum auch nicht. Ach, wo ich doch eh schon so viele... Implantate habe. Was nehme ich denn schönes? Endobus klingt gut. Jo. Nehmen wir. Und die ist... Beide Furcht war okay. Dann kommen die beiden Furchtfälle Pistolen halt weg. Und die passieren wollte ich nicht umlegen. Dankeschön. Implantar-Management hier eh. Ich laufe. Wo bist du? Das habe ich schon erforscht. Wunderbar. Schon die Tür kann ich doch, glaube ich, hacken. Genau. Ja, ja. So, ein freier Respawn wieder. Juhé. Äh, was? Gäbst du wohl. Danke. Äh, Disco-Poke, LSD-Lichter. Yay. Troposkop. Sehr schön. Äh, ja, habe ich eh schon eine von daher. Noch mal Respawns und Chips. Was? Ah, ja. Äh, ich habe es nicht gewollt und habe es vergessen, einzubauen. Yay. Ich wirke, als würde mich über alles freuen, weil es so ist. Ich weiß nicht, warum. So, hier ist leer, da ist leer, hier geht's durch. Theoretisch zumindest. So. Lüftungsschlechte. Blablabla. Lanser Freeman. Versteht man mich eigentlich? Ich glaube, ich spreche wieder relativ schnell. Sorry und so. Ah, hier oben sind wir. In Mad-Ein-Park-Skills da unten. Shut-Gun-Shells. Johe, ah, shut. Sehr schön. Noch mal Shells. Hier war es nicht. Hier gleiche. Ja. So geht's. Oh, nee, das muss ich mal ganz kurz organisieren. Das geht ja nicht hier. Also, Expert-Tex ist gut, Expert-Tex brauche ich nicht. Lab-Assist reicht auch eins. Bei so Ringen wirst du es eigentlich nie. Ja, Expert-Tex macht, glaube ich, auch Hecken hoch. Von daher nehme ich das mal weiterhin mit. Riff-Boost. C-Boost. Ja, hätte ich eben nehmen können. Egal. Äh, Braun-Boost. Boah, kann ich schaden. Der Rest ist auf eine oder andere Weise nützlich. Ich werde mich, glaube ich, gleich mit dem Hinterplatz holen müssen. Da flüht kein Big Bang vorbei. Ja. Warum liegen mir eigentlich Leichensäcke auf dem Herd? Sind wir in der Zugang vielleicht so übergegangen, Menschen zu fressen? Nein, um... Aber, leicht barbarisch ist es dann schon, die Menschen so fertig verpackt in Leichensäcke zu lassen. Hi! Das ist viel Schaden gewesen. Viel Schaden! Ich schmeiß hier erstmal... Oh, ah! Da ist wieder Braun-Boost ein. Das ist mir jetzt nicht so unendlich viel bringt, aber hey. Du fliehst... Du fliehst... Ah! Das ist nicht Ruhe. Das ist Upgrade. Du fliehst... Du fliehst... Und das ist... Ich... Du fliehst... Was soll ich jetzt ansehen? Ah, jetzt rüßt du den. Ah Gott. Das sind irgendwelche Geräusche. Was passiert da gerade? Was passiert da gerade? Na, keine Ahnung. Das ist ja da. Danke. Naja, wenigstens kann ich jetzt wieder zehnmal respawnen. Da bin ich doch halbwegs zufrieden. Hallo. Hey, man schlägt super zögert. Bin ich bald. So, bitte danke. Hi. So, hatte ich unten alles? Nein. Da fehlt noch ein Raum. Wir sollen ja alles mitnehmen, ne? Da liegt ja irgendwas nützliches. So ein Stase-Feldkammarer zum Beispiel. Hatte ich euch schon geflattert? Nein, hatte ich nicht. Noch mehr Snacks. So, je, je, je. Ja, kein Stress-Patty. Kümmer ich mich gleich drum. So, hier kann ich weiter nichts nehmen. Aber das Ding sieht einfach nur klasse aus. Ach. Aber wir machen es dann langsam mal. Natürlich, nur ist das, dass man sie wirklich sparen können. Naja. So, was wollte ich jetzt? Die Upgrade-Skammarer, die waren unten. Ah. Was hier? Nein, das war daneben. Ja, Gedächtnis. Johe. Stärke, Ausdauer. Ja, Cyber-Shark. Nee. So, Stärke. Jetzt kann ich doppelt so viel Kram mit mir rumtragen wie vorher. Ist das nicht schön? Ich meine, das ist nicht was für alles, aber... immer eins. Gut, also weit im Takt. Da war ich schon. Da muss ich, glaube ich, immer mich nicht irre. An die Grafstadt nach irgendwo hin. Rückquartiere. Hacken, Sicherheit und das Klo, ja. Klo ist immer gut. Wie wir sehen. Und da wollte jemand sein Geld waschen. Na, lass sie ausfällen. Dankeschön. Also, jetzt die Karte brauche ich sowieso. Da ist Lixenton-Würmern. Wunderbar. Ja. Ne, da brauche ich die Karte für. Die mache ich zuletzt. Hallo. Landpark, yay. So. Haben wir irgendwelche interessante Sitztümer? Ja. Alle sitzen, alles Mögliche. Ich bin sehr aufs Spiel fixiert. Ja, ich weiß. Ich würde mir zwar Smalltalk halten, aber ich kann kein Smalltalk halten. Kann ich noch nie. Nicht optimal, aber hey. Tschüss. Razerrap hier, okay. Den muss ich ja, glaube ich, nicht erforschen. So, was bist du? Was ist der? Recht umgünstig gefallen jetzt gerade. Aha, also. Rapparatur zu holen. Schade, nee. Guck mal, muss man interessieren. Ja. Na, Hypo. So, der nächste Router ist auch schon quasi erledigt. Meine Hypos. Ja, doch. Ich weiß nicht, ob ich die Laserpistole haben möchte. Ach, komm. Ich kann sie immer noch wegschmeißen. Eigentlich wäre ich zum Ausrüsten. Ja, aber den Rape ja nicht. Äh, was brauche ich da für irgendwas von Agilität, ne? Ne, Nrd4. Okay. Äh, wie wäre es mit Nein? Ich bin das gerade nicht. Wird bestimmt nicht der Einzige sein. Das, was ich gerade gesagt habe, wäre ich garantiert... ...irgendwas zu holen. Ah! Äh, öpp. Ich kriege das von hier hin? Natürlich nicht. Okay, nein, keine Ahnung. Schade. Was? Ach, ja, der Funkenflug. Aua, aua. Ah, hab ich mir noch kommen. Ja. So, hacke ich. Oder auch nicht. Nein, gut, dann hacke ich nicht. Sicherheitskontrolle. Ach ja, kostet mich ja nix. Also nichts nennenswertes zumindest. So, dann war es das. Da war ich da, aber hier war ich. Gut. Hi. Meine was? Zum Garten möchte ich gerade nicht. Nein, da will ich wahrscheinlich später hin. Okay. Keine Waffen hier drin. Äh. Das wäre ziemlich doof. Shot, die ist sieben. Die ist auch sieben. Die sind beide nicht modifiziert. Okay. Tschüss. Äh. Mal schauen. Ah, hier mit Geil. Wunderbar. Was brauchte ich hier nochmal für Osmium. Mit Wifogern habe ich in dem Run nicht mehr. Weil ich im letzten Run, joe. Gut, also Osmium. Diognetium. Mache ich eigentlich noch einen Lock? Nein, natürlich nicht. Okay. Was ist mir um? Was ist mir da? Was ist mir um? Sonst noch was? Nein. Und in der Rest der Zeit. iPods habe ich hier momentan noch ausreichend. Ich denke, ich könnte eigentlich noch einen nehmen. Oder zwei oder drei. Nicht die AP-Munition. Dann reicht. War eigentlich auch. Hm. Er hat um Sol 3. Das heißt, wir haben jetzt schon Planeten besiegelt. Warum Sol 3? Ich glaube, das ist nicht Sol... Ah, egal. Resonante Software. Johe. Johe, 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 johe. Ja. Ticks, ungeschlügelt worden. Und so weiter und so fort. Besiegelt worden habe ich noch. Kann ich das hier hacken? Nein, kann ich nicht. Kann ich das hier hacken? Nein, kann ich nicht. Okay, ich sollte mir vielleicht mal Eck 2 holen. Oder sterben. Ja, es gibt jemand andern. Ja, es gibt jemand andern. Mich. Nein, das war Psy. Also, da viele runterdatschen. Gut. Bringt die Dissolanz zum Schweigen. Ähm, dick. Ecken aufzahlen, reparieren wir auch. Ah. Dann bin ich halt alt. Und? Glauben sollten wir auch wieder nicht. Hm. Ja. Nein, ich wollte eigentlich nochmal in den Sicherheitsbereich, denn da war auch eine Geste. Die war ja, glaube ich, auch nur Level 2. Moment, war das gerade? Okay. Ja, das hat sich doch halbwegs gelohnt. Nein, nein. Geh hoch. Bei mir brechen wieder heilen. So, hier ist die Dröse. Oh, die Hälfte. Immerhin. Ne, dann. Noch eine Ecke. So. Mal hack mir die Psy. Das auch. Es ist so einfach irgendwie. Ich sollte vielleicht Leitdarm benutzen. Wäre das ein Vorteil? Wahrscheinlich. Das ist so einfach, mein Herr. Ich kann mir nicht mehr zu gehen. Gut, du hast es in die Shuttlebay. Jetzt werden wir... Gut, du hast es in die Shuttlebay. Jetzt werden wir drei Hours-Cells in order to fire up that Shuttle. Looking at the tightest schematics, I see that the facility is equipped with a few spares. One of them is in the security station next to the temporary crew quarters. Gut, aber ich hab doch nur zwei. Ist hier ein Schlüssel drin? Nein, warum soll ich das auch? Äh, Antistrahlung, Antitoxin. Hab ich beides noch nicht. Oder ne, Antitoxin hab ich schon. Antistrahlung. Ach ja. Temporär rausschmeißen ist ja mal eine Option. So, ist hier vielleicht irgendwo noch... Ist hier vielleicht irgendwo noch... Ah ja. Okay. Ist hier vielleicht noch ne Zelle drin, irgendwo. Spawncamping ist asozial. So, mit diesem Moden verabschiede ich mir jetzt, glaube ich. Bis zum nächsten Mal.